Ich bin ja schon lange dabei, aber so emotional war ich noch nie angefasst gewesen. Sehr, sehr gut, also sehr emotional und für mich, also ich stand in Tränen. Das schönste Erlebnis war die Öffnungsfeier, wo ich die Fahne getragen habe. Das war das schönste Erlebnis für mich und eine Ehre. Das erste Mal dabei zu sein war alles, war groß. Das haben wir immer mehr, viele Leute, viele Menschen, neue Leute kennengelernt.